Im Staffelfinale von Danger Force Ist Rays Blase geplatzt? Ich setze mich zur Ruhe. Mit sofortiger Wirkung. Was? Zur Ruhe setzen? Mit sofortiger Wirkung? Haben jetzt alle den Verstand verloren? Wer hat die Pizza mit den Gürtchen bestellt? Und sind das Fake News? Die Bewohner von Swellview verlassen die Stadt in Schaden. Andere verlassen die Stadt in Autos. Heiliges Weltkorn-Monster Mary. Scharen bezeichnen eine große Menge. Wir decken alles auf. Im zweiteiligen Staffelfinale der Danger Force. Morgen 12.55 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017